Hi, willkommen zurück. In diesem Video widmen wir uns einer Technik, die euch dabei hilft, zum einen mehr Bewusstsein im Hinblick auf euer aktuelles Leadership-Verhalten zu erzeugen und zum anderen ganz klar euch systematisch dabei begleitet, neue Verhaltensweisen zu praktizieren und darüber in neue Gewohnheiten reinzufinden. Die Technik nennt sich Do, Lead und Coach. Wir schauen uns nun gemeinsam an, wie diese funktioniert. Ihr könnt dazu folgende Tabelle nutzen. Auf der einen Seite führt ihr als allererstes auf, was eure wichtigsten Verantwortlichkeiten sind. Erinnert euch an das Beispiel mit den Schuhboxen bzw. den Schuhkartons? Welche Schuhkartons habt ihr und in welchen dieser Schuhkartons steht ihr? Basierend auf den Verantwortlichkeiten, die ihr aufgeführt habt, könnt ihr als nächstes evaluieren, vielleicht auch mit Feedback anderer Leute, was ist euer aktueller Führungsstil im Hinblick auf diese Verantwortung? Seid ihr primär Expert oder Achiever oder Catalyst? Du wäre unser Expert, Lead wäre unser Achiever und Coach wäre unser Catalyst. Nachdem ihr nun die Verantwortlichkeiten aufgeführt habt und festgestellt habt bzw. festgehalten habt, wie ihr Stand heute als Führungskraft agiert, könnt ihr als nächstes darüber nachdenken, was denn aus eurer Sicht kurz- bis mittelfristig das richtige Führungsverhalten wäre. Vielleicht gibt es weiterhin Dinge, wo ihr sagt, hier muss ich als Expert agieren. Oder gewisse Dinge, wo ihr sagt, jetzt kann ich von Expert auf Achiever wechseln, sprich von Do in Richtung Lead. Oder gewisse Dinge, wo ihr Stand heute als Achiever agiert, sprich Lead und in Zukunft als Catalyst agieren könntet. Jetzt habt ihr Transparenz geschaffen über das, was ihr als Resultat erreichen wollt. Nun stellt sich die Frage, wie könnt ihr euch daran erinnern, im richtigen Moment das richtige Verhalten abzurufen? Und hierfür kommt die letzte, die rechte Spalte in dieser Tabelle zur Geltung. Nämlich, ihr müsst euch konkret Trigger überlegen, die euch dabei helfen, in dem Moment, wo es relevant ist, auch die neue Entscheidung zu treffen. Denn nur dann, wenn ihr immer wieder die Entscheidung trefft, einen neuen Pfad einzuschlagen, werdet ihr neue Gewohnheiten entwickeln und beispielsweise von Do in Richtung Lead euch weiterentwickeln. Was können nun diese Trigger sein? Ich gebe euch ein konkretes Beispiel. Als ich vor vielen Jahren selber durch einen solchen Agile Leadership Kurs gegangen bin, kam ich mit der Zielsetzung raus, im Hinblick auf jede Fragestellung oder im Hinblick auf jeden Task, jede Verantwortlichkeit zu überlegen, ist das etwas, was ich selbst machen sollte? Ist das etwas, was ich jemand anderem gebe, aber mit einer klaren Anweisung, was getan werden soll? Oder ist das etwas, was ich einfach jemand anderem zuschmeiße mit dem Hinweis, wenn du Hilfe brauchst, komm auf mich zurück, aber du hast volle Autonomie in der Art und Weise, was du tust und wie du es tust. Du, Lead oder Coach. Nun kommt die Herausforderung, wie stelle ich sicher, dass wann immer ich eine neue Aufgabe bekomme, ich mir auch genau diese Frage stelle. Jetzt kommen die Trigger ins Spiel. Und damit man diese Trigger richtig nutzen kann, muss man erstmal seine aktuelle Gewohnheit genau analysieren. Bei mir ging es ja darum, wie gehe ich damit um, wenn ich neue Aufgaben zugewiesen bekomme. Eine kurze Analyse hat mir aufgezeigt, dass ein Großteil meiner Aufgaben über das E-Mail-Postfach zu mir kamen. Ob das jetzt E-Mails von Kolleginnen und Kollegen waren oder E-Mails meiner Vorgesetzten oder E-Mails von Kunden, meist kamen Aufgaben oder Wünsche, Anforderungen über den E-Mail-Kanal zu mir rein. Und ich hatte eine existierende Gewohnheit, wie ich mit diesen E-Mails umgegangen bin. Ich habe nämlich ganz klar gemäß Inbox Zero überlegt, wie dringlich ist diese E-Mail. Sind das Dinge, die ich heute tun muss? Hatte ich ein Ordner Today? Habe ich die E-Mail da reingezogen? Sind das Dinge, die in dieser Woche erledigt werden müssen? Bedeutet das This Week? Habe ich diese wiederum in den dazugehörigen Ordner gezogen? Oder sind es Dinge, die später getan werden können? Auch dafür hatte ich einen Ordner, dieser hieß Later. Today, This Week und Later waren die drei Ordner, in denen ich meine E-Mails basierend auf Dringlichheit einkategorisiert habe. Die Gewohnheit, die ich nun aufbauen wollte, war systematisch bei jeder Aufgabe, darüber nachzudenken, ist das eine Do-, eine Lead- oder eine Coach-Aufgabe. Mir kam die Idee, dass ich meine aktuelle Gewohnheit nutze, um eine neue Gewohnheit aufzubauen. Und die Gewohnheit war grundsätzlich, ein Trigger kommt rein, das ist die E-Mail. Und meine Gewohnheit ist, ich kategorisiere diese E-Mail basierend auf gewissen Kriterien. Initial, Zeit beziehungsweise Dringlichkeit. Warum sollte ich nicht die gleichen Trigger und Gewohnheiten nutzen, aber mit einer anderen Zielsetzung? Die Idee war geboren, dass ich die drei Ordner Today, This Week und Later einfach umbenenne in Do, Lead und Coach. Wenn jetzt eine E-Mail reinkam, war wieder meine Gewohnheit da. E-Mail ist da, ich muss sie kategorisieren. Aber meine bisherigen drei Ordner Today, This Week und Later existierten nicht mehr. Stattdessen gab es drei neue Ordner. Das heißt, ich musste jetzt zum einen meiner alten Gewohnheit folgen, aber zum anderen bewusst Entscheidungen treffen, wo wandern diese E-Mails und damit einhergehend diese Aufgaben nun rein. Gleichzeitig habe ich an meinem Bildschirm ein Post-it aufgeführt, Why You? Warum Du? Und das bezog sich vor allem auf alle Dinge, die ich in den Du-Ordner gepackt habe. Konkretes Beispiel. Ein Kunde meldet sich und fragt, ob wir ihm oder ihr ein Angebot machen können für einen Workshop. Klassischerweise habe ich all diese Anfragen selber beantwortet. Sprich, Du. Jetzt würde ich diese Dinge auch erstmal in den Du-Folder packen. Aber gleichzeitig stelle ich mir die Frage, warum ich? Warum muss ich das tun? Und die erste Antwort, die mir kam, ist, meine Kolleginnen und Kollegen wissen nicht, basierend auf welcher Preistabelle oder Preismodell wir solche Angebote machen. Warum wissen Sie das nicht? Weil das Preismodell bzw. die Tabelle in meinem Kopf ist und nirgendwo niedergeschrieben ist. Natürlich können Sie keine guten Angebote oder korrekten Angebote erstellen. Das heißt, aus dem Wunsch, weniger Du zu haben und zumindest das Thema Angebotserstellung entweder Lead oder gar als Coach-Thema zu verbuchen, ergeben sich konkrete Handlungen, konkrete Aufgaben. Aufgabe Nummer 1, mach die Preistabelle transparent. Aufgabe Nummer 2, hilf einzelnen Kolleginnen und Kollegen dabei, mal ein Angebot zu erstellen. Aufgabe Nummer 3, sei gewillt, diese Aufgabe auch definitiv abzugeben und somit mehr aus der Coach, sprich Catalyst-Perspektive zu agieren. Mein Tipp an euch ist euch Zeit zu nehmen und diese Tabelle mal exemplarisch anhand einzelner Aufgabenstellungen, einzelner Verantwortlichkeiten auszufüllen. Kein Anspruch an Vollständigkeit. Nutzt es erstmal, um damit rum zu experimentieren, um zu üben. Identifiziert konkrete Dinge, wo ihr Stand heute als Expert agiert und in Zukunft anders agieren wollt. Identifiziert einen guten Trigger, dass ihr diese Entscheidung entsprechend trefft und überlegt, welchen Rahmen ihr schaffen müsst, damit ihr als Achiever oder gar als Catalyst agieren könnt. Ich hoffe, dass dieses Tool, sprich die Tabelle und auch das Konzept von Du, Lead & Coach, Status Quo versus Zukunft, euch dabei helfen, eure Reise in Richtung Leadership Agility systematischer zu gestalten. Als nächstes widmen wir uns einem Tool, was euch dabei hilft, auch systematisch über euren zukünftigen Anspruch, sprich solltet ihr Du, Lead oder Coach machen, besser nachdenken könnt. Wir sehen uns im nächsten Video.